Moinsens meine lieben Freunde Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Ja, so Wir waren jetzt mal hier noch stehen geblieben und haben Holz gesammelt Weil wir sind das kleine arme Mädchen aus der Weihnachtsgeschichte die Streichhölzer verkaufen muss, bloß wir müssen Holz sammeln und keine Streichhölzer verkaufen Jaaa Und jetzt laufen alle Vorbereitungen für unser Projekt Haus Laufen jetzt Oh, der Baum ist ja ein kleiner großer Baum, also ein großer kleiner Baum, wie man auch immer das sagen soll So, das war's dann Nomnom Nomnomnomnomnomnomnomnom Nomnomnomnomnom Ja, das Jetzt muss ich aber auch die Setzlinge einsammeln Ich hasse es eigentlich die Axt äh, die Blätter mit der Axt kaputt zu machen aber ich muss es machen Äh 10.52 Uhr Also, Spielzeit Bei mir haben wir es gerade 10 Uhr Im Realliffe Neunnenneinneinneinneinneinneinneinneinnein, du möchtest hier nicht wachsen, das weiß ich ganz genau, du siehst schon so aus Gut, wo hab ich das Ding vergessen? Da vorne. Komm ich da hin? Ja. Gesterben. Oh, WTF. Jetzt muss ich auch noch darauf achten, dass sich hier keinen Scheiß einpflanzt, ey. Na, 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 na. Da muss ich den Erdturm da auch mal wegmachen. Weil der stört mich irgendwie in dieser Idylle. Nein, böse, du gehst da weg. Hab ich dich jetzt her. Hat zwar schon so Vorteile, dass die sich selbst einpflanzen. Aber hat es auch irgendwie nicht. Boom, boom, boom. Die Musik passt jetzt irgendwie zu so einem Landhaus. Keine Ahnung, wieso ich das jetzt denke, aber es passt irgendwie. So ein schönes Landhaus, wo die Sorgen weggeflogen sind. Wo man einfach bloß den ganzen Tag entspannen kann. Wo einem keiner was dazwischen sagt. Wo man einfach bloß selbst sehr ersetzt sein kann. Wo einem nie etwas stört. Keine Monster. Nur Ruhe. Man hat alles erreicht. Man hat seine Farmen. Man hat alles, was man braucht zum Leben. Ja, Leute. Heute ist der 2. November. In 10 Tagen kommt in 10 Tagen kommt oder ne, gut. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls kommt diesen Monat Ding ins raus. Die Release, also die letzte Version von Minecraft oder die Vollversion, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Au. Nur wegen dir. Gut, hier hinten dürfen sich die Bäume gerne selbst einpflanzen. Warum habe ich das hier nicht abgeholzt? Sinn? Fragezeichen? Oh, 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 oh. Hier, Gift. Gift für meine Augen. So. Ja, die Türen. Jetzt kann man da wirklich viel besser durchgucken. Das freut mich. Äh, was wollte ich jetzt machen? Achso, stimmt. Ich wollte mir eine neue Schaufel bauen. Wow. Aber wenigstens bin ich nicht so verwirrt wie andere Leute, die das spielen. Die blicken es doch nicht mehr, wenn sie sich 50 Stacks Treppen machen. Zack. So, wie spät? 14, 19. Das passt völlig. Das ist jetzt eher was Trauriges. Ach, wer hätte das gedacht? Traurig. Hm. Das passt jetzt zu dem Feuer auf der Farm. Nein, mein Haus ist abgebrannt. Wieso nur? Nein. Nein. Ich habe doch mein ganzes Leben damit verbracht, diese Farm aufzubauen. Und jetzt ist sie weg. Ich kann sie nicht mehr retten. All meine Tiere sind tot. Ich habe alle Arbeit umsonst investiert. Ich glaube es nicht. Ich habe alles umsonst gemacht. Ich habe nichts davon gekriegt. Alles ist abgebrannt. Und ich kann nichts mehr retten. All meine Tiere, meine Frau, meine Kinder, alle tot. Alle tot. Und ich kann sie nicht mehr retten. Was ist das nur für eine grausame Welt? Ich habe keine Lust mehr zu leben. Ah. Die Geschichte des armen Bauern, der seine Familie und seine Farm verloren hat. Doch erschöpfte Hoffnung, denn er wurde gerettet. Seine Versicherung hat ihm alles zurückgezahlt. Er konnte sich eine zweite Farm aufbauen, auch wenn der Schmerz seiner verlorenen Familie und seiner verlorenen Farm immer noch in ihm war. Aber er hatte seine alte Farm wieder. Und so lebte er dann. Bis er letztendlich krepierte. Ende. Aber es war noch gar nicht Ende, denn ich habe das Lied falsch eingeschätzt. Hahaha. Er lebte weiter. Auch seine andere Farm wurde von einem Feuer heimgesucht. Diesmal brachte er sich wirklich um. Ja, jetzt hört mir nichts mehr ein. Aber ich glaube, ich habe doch die Geschichte irgendwie... Ups. Äh... Gut... Äh... Erzählt, so dass man es auch glaubwürdig gefunden hat. Ja, wir haben ein String. Perfekt. Halt, was kommt hier sonst noch was rein? Nö. Tools. Hier kann ich die Hole wieder rein. Pflanzenscheiße. Setzling. Lalalala. Dan, 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 dan. So. Hälfte des Decks nehmen wir uns mit. Zack. So, das hier werde ich danach benutzen, um hier ein bisschen was Schöner zu machen. So, wie spät haben wir es. 17.36 Uhr. Es wird gleich dunkel. Dan, 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 dan. Hey! Achso, stimmt ja. Ich habe ihn nicht überall gepflanzt. Boah, was will ich denn mit einem einzigen? Ah, perfekt. Hier waren jetzt zwei dabei. Ah, nochmal zwei. Perfekt. Geduld braucht der Farmer. Los, geht raus. Danke. Juh, wir können uns ein Brot backen. Nom, nom. Lecker Brot. Gut, es wird dunkel. Ich möchte jetzt aber schlafen. Ah, der, 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 der. Unfassbar. Sieht ihr die Ähnlichkeit? Wow. Bloß bei dem Bild habe ich irgendwie so geguckt. Deswegen sind da auch so komische Ecken drin. Ich hätte eigentlich so gucken müssen. Also, stand ja, wenn man auf dem Bett, hoppala. Wenn man auf dem Bett draufsteht, dann kann man da nicht mehr, schlafen. Futter. Gut, da kommt jetzt erst wieder das Brot rein. Okay, was brauchen wir denn jetzt? Ich brauche das Holz. Holz, 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 Holz. Holz, 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 Holz. Warte, warte mal kurz. Ja, die Punkte da hinten sind alle unwirklich. Die zählen gar nicht. Die sind schon längst despawned. Warum sind keine Monster hier oben? Mich soll das nicht jucken. Dann gehe ich halt raus. Jetzt kommt ein Creeper, er spawnt noch im letzten Moment. Pfff. So, sorgen wir mal dafür, dass es ein bisschen schöner aussieht hier. Weg. Gut, jetzt müssen wir uns hier künstlich irgendwie so ein Treppengebilde nach oben bauen, dass es nicht so ekelhaft aussieht. Und schon habe ich dies geschafft. Wow, das ging schnell. Abgang. Nein. Dammit. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt passt das. Ach so, ja, und Bloody Platin habe ich noch nicht beendet. Blöderweise war ich einfach mal zu blöd und habe das nicht gerafft, dass ich ja doch noch was machen muss. Und zwar nämlich die ganzen legendären Auseinander klatschen. Gut, wie bauen wir das jetzt am besten? Wo ist mein Bunker? Da ist mein Bunker. Wir machen mal von da. Bis hier. Hier vor. So. Will ich jetzt gerade schon weitermachen, ey. Okay. So, das war es dann aber auch schon wieder für diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Adio.